es ist mir jetzt egal weiter wo hab ich endlich mein po- ah hier ist mein bockmannhorn Daniel glaubst du um zu lecken? ja, ist echt schlimm das hört sich so an als ob du gerade eine runter holst naja voll schlimm so hört sich Tim immer an wenn er sich einen runter holt ja so, ich brauch vier davon und so hört Daniel sich an wenn er sich einen runter holt so, ich brauch noch zwei Spitzhacken oder so hat jemand was dagegen wenn ich eine eisenspitzhack kaputt mache und eine schere gar nichts dagegen dann ja ich mache uns jetzt diese abbaustab und erwarte daniel kannst du mir schon mal bringen wir mal seite und wolle aber kann selbst und ich habe ja noch die schere bevor ich die kaputt macht obwohl wir dürften noch jede menge fäden dürften noch jede menge haben ja ich habe ich schon aber gerade wolle der brauchst du nicht du kannst du mit fäden machen ja nicht mache die stelle sowieso kaputt also feck dich pixie ich tut ja nicht also lass mich in ruhe wenn ich etwas tun würde würde ich ja verstehen aber ich tue ja nicht außer schwul sein ja so wie du ne bestimmt warte wie viel brauche ich brauche ja es sind genau vier oh es regnet 16 metall oh oh reicht sogar einer ist fertig und jetzt kommt noch der zweite für mich willst du auch so ein wand of excavation und ein portable hole auch nö dann kriegt es halt nur daniel ich habe ein anderes problem mein flug dings funktioniert nicht mehr muss ich erstmal aufladen so deine schaufel ist wieder ganzes ne wo bist du dann ist gerade nicht am pc wie du vielleicht hörst ja ey sowas wollte ich machen nam 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 damit nicht macht jetztstalber damit einen sich abruder ist wieder da heh ach.. Cody would block wollte ich ja noch machen genau Mario ver AMARIch aber später so ich brauche eine ende pearl o stereoty judgments hmmider können aber ein bisschen schwerer werden Du hast gesagt, sie haben noch viele Strings Jo, jede Menge Aber warte, ich geh die einfach mal abfarmen Hier bei uns Oder so Kriegst du auch jede Menge raus Das gleiche Aber wieder anpflanzen Die Setzlinge Ja, na klar Ja, so klar ist es bei dir nicht Das stimmt Jo, ich weiß Oh, ich brauch noch mehr Daniel Daniel, Daniel, ich mach dir grad dein Portable Hole Hallo, komm Pixie Warum tun die Pixies immer flüchten? Weil die nicht können Außer an meinem Schwanz rumlutschen Ich brauch ne Enderpearl Daniel, gib mir mal ne Enderpearl Ja, weil er auch sowas hat In der sonst dicke Kiste sind eins, zwei, drei, vier, fünf Fast sechs Decks Fäden drin Ja, ich brauch eh keine Fäden Och! Ah, okay, ich hab's Okay, hab nichts gesagt So, wieder hier Ich brauch 16 Samen Hab ich All jenes Bin, okay Daniel No, 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 no Okay, hast du für Enderpearl? Ah, hier sind Okay, ich weiß aber nicht, ob das reicht Ist das blöde Ich dürfte nicht reichen Nein, reicht auch nicht Daniel, kannst du noch zwei oder drei Enderpearls holen? Ja Geh mal Endermänner jagen Daniel, weniger chatten Daniel, nicht chatten Brauch er noch Markus Ich geh mal in die Mine runter Ist das Stück mein Oh, so Google Kennt Daniel eigentlich schon unsere Mine? Weiß ich nicht Wie heißt es jetzt? Ähm, Down 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 Craft Wie sind die Enderpearls brauchst du? Äh, hol mal drei Stück Ein Ja Hab ich Basic Ultim, Basic Knowledge Wands Golems Golems Wahlkurs Oh man Was ist das? Hm Söten hier Hier eventuell Ich brauch keine Rezepte Oh Gott, wie heißt es jetzt? Radio Regenbogen Ja vielleicht Radio Regenbogen Ich brauch eine Elementliste Alter Aspekt Ein bisschen Werbung Du Ähm, das so Kein Problem damit Äh, so, was brauch ich noch Und ich brauch noch Äh, bop, 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 bop Warte, warte, bleib mal noch drüben Bleib mal noch drüben Du musst ja vielleicht noch was anderes mitbringen Ich bin nicht beim NPC-Dorfer Ja, Baul, warte, tschüss Hast du noch, äh, Glass-Bottles? Oder Lead Haben wir noch Lead? Kann sein Ja, ich geh mal rüber Die dürften wir noch in der Menge haben eigentlich Gut Let, 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 ah, das wird wahrscheinlich dann oben sein Ja, Tim, ähm, hast du gelesen? Hm, ja, hab ich Ähm, ein bisschen Silber Ja, nein? Ja, doch, hab ich ja, 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 kann man machen Booty Öhh, warte, hatteische NeBar? Nen Wir haben Lead, oh, haben wir noch Lead Bars Lead, 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 Lead Leid Leid, Lead, 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 Lead Da, Lead Daniel, haben wir noch, äh, Flo, hatten wir noch Ender-purge, oder so? Ne, ich glaub nicht Oh, oder warte, was geht noch? Es geht noch Ähm Bacon? Ah, Bacon bleibt wahrscheinlich nicht. Bacon. Haben wir Obsidian Totems? Ich glaube es nicht, oder? Ne, also abgebaut noch nicht, nur gefunden. Na, ich habe keinen Bock Obsidian Totems abbauen zu gehen. Ja, ich auch nicht. Okay, wir suchen Endermänner. Aber die, oh, sie sehen, wie es regnet, da findet man keine Endermänner. Ja, das ist richtig. Ich habe da, ich sehe da jemanden. Ich sehe da zwei. Ja, okay, ich gehe, aber lassen Obsidian Totem holen gehen, oder so, das kommt aufs gleiche raus. Ich hole mir jetzt diesen Enderman hier. Warte, lass mich, was ist ein Schwert, hast du? Dir. Ja, lass mich, meinst du stärker? Lolo. Da, ich bin hinter dir, wo sind die? Die sind nicht auf der Map, du Idiot. Ja, ach da. Lol. Ja, lass mich die Kellnern. Der ist hier. Ah, hier. Dort. Bau dich hoch. Oder so. Hä? Weißt du, bei mir jetzt gerade, da hinten ist noch jemand. Wo? Jemand. Etwas stimmt. Ah, hinten. Komm mit. Gänse Jetpack. Tschüss Daniel. Ah, der hat gerade ein bisschen. Hier. Hier. Ich glaube, der hat keine gedroppt. Nee, der hat keine gedroppt. Ich glaube, der hat eine gedroppt. Aber eine brauche ich noch. Hast du noch eine? Hast du eine, Daniel? Gib mal. Gib her, dann reicht's. Es reicht, weil ich habe zwei. Daniel, gib mir dich das Enderpearl. Daniel? Oh, du bist gar nicht am laggen, Alter. Ne, Daniel ist minimal am laggen. Hör mal auf, Battlefield 4 im Hintergrund runterzuladen. Macht er wahrscheinlich nicht mehr. Doch. Sollen wir noch schlafen gehen, bevor es Tag wird? Ich bin gerade ganz unten. Ja, aber es regt. Dazu kriegen wir gar keinen Strom. Ach, ist mir jetzt egal. Ich geh zaubern. Ja, mach das. Ah, ich muss aber mein Jetpack aufladen. Meins ist gerade drin beim Aufladen. Ja, wir kriegen ja keinen Strom, Flo. Ja, dafür kann ich doch nichts, Tim. Lol. Hat Daniel rausgehauen? Warte nicht, also im TS ist ja... Haben wir eigentlich schon mal Karotten gefunden? Nein, haben wir nicht. Wie kriegt man die eigentlich? Ja. Gut. Wie kriegt man die eigentlich? Durch Minen. Äh, durch Minen. Und sonst noch? Ja, sonst eigentlich gar nicht. Nein, ey, ey. Reicht, und... Okay, Daniel, dein Portable Hole ist fertig. Alter, lag bei mir gerade alles. Ich hab jetzt hier Handeln und die... Ja, weißt du was? Dann mach einfach... Dann schau, was du alles runterlädst und beende das. Alles, was Internet zieht, außer TS und Minecraft, wird abgebrochen. Okay, beenden. Äh, 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 äh... Ach, heis. Gesundheit. Danke. Sonst, wenn du jetzt nicht gleich dein Maul hältst, dann passiert ein unglückliches Unglück. Ja. Flo, wir können unsere Sachen nicht weitermachen, weil's regnet. Und wir haben keine andere... Ist noch Nacht draußen? Nein. Ja, müssen wir warten, bis es Tag ist. Warte, hab ich eigentlich schon die Golems erforscht? Nein, hast du nicht. Sicher? Ja. Ach stimmt, das wollte ich machen, genau. Doch, ich hab sogar schon Steingolem und Golements, hier hab ich. Ach stimmt, ich wollt mich da aber erstmal noch beschäftigen mit und ich weiß nicht wie. Yo, Alter, hier gibt's noch voll viel, was ich noch nicht hab, Alter. Ja. So, fang mal an, die Schiezen von wegen. Andere Schiezen, Arcane Woodblock. Ja, mach ich sofort, ich bin grad unten in der Mine, ich komm jetzt sofort wieder hoch. Ich hab mir nicht umsonst die Mühe gemacht. Ja, ich komm jetzt sofort wieder. Ja. Du hast den ewig langen Gang gegraben. Ich muss Holz holen. Ach, du holst Holz, Tim? Ja, aber nur Zauberholz. Oh. Ich dachte schon, du machst da was. Ja, weil ich brauch jetzt, ich will nämlich was machen. Ich dachte schon, du machst da was, hat mich schon gefreut. Nö, wir haben doch ne Baumfarm. So. Warte, was soll ich nochmal machen? Ach genau, ne Hungry Chest, die mach ich mir jetzt auch. Das wird lustig mit der Hungry Chest. Weißt du, wofür die ist? Ja, hast du mir schon tausendmal erklärt. Ja, das ist so lustig. Die mach ich mir jetzt gleich. Das heißt, ich muss bisschen Holz holen, acht Stück oder so sind's glaub ich. Daniel, willst du eigentlich deinen Zauberstab? Ja. Gut, und dein Portable Hole ist auch fertig. Oh, es regnet ja. Ja. Daniel. Wenn wir in der Aufnahme sind, wird... Uuuups. Nein, Schatz. Tunuken. Tunuken. Was heißt Tunuken? Bist du froh? Wuh. Oh, ain't that the reason you're at this club? Whoa. You ain't gonna find your chance with him. Oh, oh. Oh. capsicum. Wir sind.